so leute herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar spielen wir heute wieder roblox und zwar eine map die heißt okay wir wurden schon getötet slender in fnaf heißt sie glaube ich also das ist eine map in roblox ja meine aufnahme app airshow tut wieder darüber bin ich sehr glücklich imulators.com hat sehr schnell repariert und da kommt slenderman also da bist du auch in freddy fastbears pizzeria und zwei ist es ja und da musst du halt vor slenderman flüchten das macht das ist auch sehr creepy manchmal vor allem wenn du diese schritte da hörst und ja laufen wir mal durch ok ich höre ihn ich höre dieses tic tic hört ihr das auch ja und da ist ein übrigens ein oh slenderman tötet mich in der office habt ihr dieses kleine dreieck da gesehen ähm na ist jetzt auch egal äh sieht irgendwie aus wie ein illuminati aber egal ich denke ihr werdet es schon sehen ähm ja du zu äh warum war oh fuck ich muss meine taschenlampe anmachen so ich stehe auf der show stage und da sind keine animatronics außer balloon boy ähm oh der starrt uns auch an guck in die richtung in die ich mich dreh dreht der sich auch ja balloon boy stalkt uns spaß ähm ja so gehen wir mal weiter oh warte 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 war das slender oh oh jetzt habe ich mich wirklich erschrocken oh okay jetzt nicht so arg wie bei five nights at freddy's aber beim originalspiel wird wahrscheinlich auch ein let's play davon kommen und ich wurde wieder getötet ähm ja und warum bügst du dich ja 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 manchmal werden da die leichen von den personen gezeigt guck von good nokia j glaube ich heißt der war ja grad da die leiche ähm ja okay also müssen wir gucken oh shadow man ah 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 oh nein ah lass mich durch oh ey 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 fuck okay hier kann man sich gut fahren oh habt ihr es grad gesehen der war grad ehrlich oh shit der ist hinter uns ah ja ja nein das ist jetzt grad wirklich scheiße ich sitze ich sitze in der falle ich sitze oh gottverdammt in der falle okay es gibt keinen oh gut der ist nicht mehr da hoffe ich ah oder doch der ist hinter uns what the fuck der ist hinter uns ah nein bitte töte mich nicht Slenderman ah ach du kacke oh oh ich denke mal man oh shit oh oh man 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 äh ach du kacke wir sind hier im party room ich denke nicht dass hier Kinder gern hingehen oh äh ich warte mal lieber aber der spawnt ja in verschiedenen Räumen ich hab voll Schiss dass der von oh das hab ich geahnt das hab ich geahnt dass der von der Decke runter kommt oh da sind die Paper Rolls äh warte klick klack klack ok oh ok wenn ich noch einmal getötet werde dann beende ich das Video ähm ja also nicht weil ich genervt bin sondern ich mag jetzt auch nicht dass ihr euch langweilt und gut das war's oder sollen wir noch weitermachen komm machen wir noch eine Runde äh oh oh da liegt meine Leiche aber das ist eine Falle das ist eine Falle ihr könnt mir bei Roblox falls ihr selber Roblox seid erhabt und mit mir befreundet sein wollt bei über Roblox ähm oder mir folgen ähm ich heiß Leon Blogs TV TV hab ich glaube ich schon gesagt ähm oh ok ok jetzt lass ich euch mal in Ruhe also also das war's mit dem Video Slenderman hat mich doch nochmal gekillt und ja und schon wieder tschau ich beende mal die Aufnahme das war's mit dem sie en man näher das war's mit dem